und hier kann man die abschießen aber wir machen es nicht wenn wir zu einer scheiß spam-webseite kommen ja flash action so oh wir haben noch zwei spiele was ach hier gibt es solche sachen wer gibt denn nur zwei sterne ich meine so schlecht war es auch nicht es gibt hier bestimmt ein paar schlechte spiele aber das war nicht schlecht also was ich noch sagen wollte mit nicknames und so da hat die webseite ein fail ich habe es auch schon angeschrieben dass registrieren nicht ganz funktioniert also wenn es bei euch nicht klappt dann wundert euch nicht bei mir ging es noch nicht also ich muss mal schauen ob die mir zurückgeschrieben haben also spielen jetzt tank 2008 steuere dein panzer durch die landschaft und von die gegner schaffst du zu vernichten von der seite ist free world group ist wirklich spiele webseite dann spielen wer tank 2008 den panzer steuerst überwärts die und demos schaffst du fahren mit dem panzer um von nicht alles rüstet die punkte okay play game der war of the tanks has been raging for centuries few blazes have been left untouched by this conflict you are what's left on a once great civilization and it's up to you to finally settle this war by taking on the remaining rebels and crushing them you've been given the must technology kelly adventure decade available but that may still not be enough to win the wars the war got good luck soldier the fate of the galaxy lays in your hands okay also der war of tanks ist losgegangen und wir haben eine super rüstung die neueste rüstung oder so aber aber wir müssen trotzdem selber spielen um das zu gewinnen move up move left right shoot is space ne shoot is links secondary weapon is okay die farbe ist okay let's start nice and easy your mission is to clear the area of all enemy units let's leave no service lass keine übernehmen zurück give me leave du wirst 30% verlieren wenn du stirbst war nicht das ist ein hungry game ja ist euer ernst hier ich sehe das nicht mehr bisschen scheiße mit der ding hier drinnen so jetzt habe ich das kaputt gemacht um sie auch zu sterben so übelst kranke kriegsspiel schneller panzer ist was sind ich glaube ich auch noch nicht gespielt also ich fühle mich gerne wie heilen oder so geht das ich fühle mich gerne wie heilen oder so geht das scheiße wir haben nicht mehr viel power wir bekommen echt wieder power an 3 und 2 3 4 4 4 Musik eigentlich ist alles recht geil am Spielen muss ich sagen, finde ich echt cool, so, da nur einer, scheiße, nächstes Schluss ist ein Tod, okay, ist ein Tod, der Mauer, Q-Score 179, Subnet, gut, Mr. No Name, nein, ich heiße, ja, das ist ein Ding, gell, viel heiß, gell, boah, bin ich jetzt nicht unbedingt dabei, aber, okay, so, das gibt's jetzt noch, Download Games, das war jetzt mal einen geilen Panzer, jetzt sind wir Farben, warte, der rote, ist hier cool aus, so, ich spiele wieder ganz easy, okay, ach, der ist gerade, okay, sag ich mal, eine sekundäre Waffe, da hab ich keine, äh, hab ich keine, so, äh, hab ich keine, so, der scheiße, so, so, warte, warte, was geht mit dem Palsschiff, Buschiff, dann schief Wenn subscribing habe, vor mir cooling, und dann schief ja und das wird auch noch in den Brunnen tötet fertig ich kann ihn nicht abschießen guter sagen lassen wir es spiel an sich ganz ok aber ich bin es vielleicht dafür naja vielleicht spiel es nochmal schreibt in den kommentaren wenn ihr es nochmal sehen wollt tschüss bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal